Was passiert, wenn sie permanent die nahe Zukunft vorhersagen können? Wie verändern sich ihre Arbeitsweisen, ihre Prozesse? Und deswegen habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Ein Beispiel von einem Supermarktbetreiber. Der nutzt eine Software und die Software macht ihn zu einem Predictive Enterprise. Das nutzen viele Drogeriemärkte, Supermärkte. Warum nutzen das so viele Händler? Weil die Software den Betreibern von Supermärkten sagt, dass Produkt Apollinaris, genau das hier, nächsten Samstag in der Anzahl 334 Stück verkauft wird. Das weisen die aus Benutzerdaten der Vergangenheit, Kalenderdaten der Zukunft, Wetterdaten der Zukunft und auch so ein paar anderen Datenpunkten. Und übrigens nächsten Dienstag nur noch 60 Stück. Was machen sie als Betreiber eines Supermarktes, wenn sie mit so einer Software arbeiten? Als erstes gehen sie zu ihrem Zulieferer und sagen, hey Daniel, ich mag dich wirklich gerne und wir sollten mal wieder was unternehmen, aber ab jetzt kaufe ich nur noch, was die Software mir sagt, ich auch verkaufen kann. Als zweites gehen sie in ihre internen Prozesse, ja Logistik, Lagerhaltung, da können sie sagenhaft optimieren und sagenhaft Geld sparen. Und als drittes gehen sie zum Preis. Sie alle kennen diese elektronischen Preisschilder, die sie immer häufiger sehen. Und die sehen sie nicht so häufig, weil sie so hübsch sind, sondern weil sie den Preis ändern können. Und dann fragen sie die Software, wie ist mein idealer Abverkaufspreis? Der kann sich ja halbstündlich ändern, das ist ja vollkommen egal, Hauptsache sie verkaufen viel. Und dann sind sie zu einem Predictive Enterprise geworden. In dem Fall ein Predictive Retailer. Und wie gesagt, das ist heute. In der Zukunft können sie Ware liefern, bevor sie bestellt wird. Wie sieht ihre Arbeitsweise aus, ihre Arbeitswelt aus, wenn sie nahezu alles prognostizieren können? Wie sieht ihre Zusammenarbeit mit ihrem Kunden aus, wenn ihr Kunde nahezu alles prognostizieren kann? Die exakte Anzahl der verkauften Bücher in der Zukunft oder exakte Anzahl von Zeitungen, die verkauft werden. Wie ändern sich ihre Arbeitsweisen?